Oh, ich würd'n oben ohne Bild von dir draufklimmen, dann klappt's bestimmt. Wie sieht's aus in einer halben Stunde? Das ist wie 342. Was lungern Sie denn hier rum? Leute, mir war doch schon schlecht, Mann. Außerdem lunger ich hier nicht herum. Ich versuch hier mal zehn Minuten, die Augen zuzumachen, da ich trotz Magen-Darm versuch, den Laden hier am Laufen zu halten. Aber Frau Fehrmann, wenn Sie immer noch genug Zeit haben, Sie hier über Sex nachzudenken... Sie haben nichts gehört oder gesehen. Das ich nicht schon wusste, richtig.